Seid gegrüßt, Freunde. Hier ist der Elpiray. Hier haben wir das Spiel Superfilver Mario. Und ja, wir sind jetzt auf 6 KP und haben alle 6, 6 sage ich schon, 8 reinen Herzen. Und werden uns jetzt auf die Suche nach der letzten Herzsäule begeben. Wo ich aber jetzt keine Ahnung habe, wo die ist. Hm. Das ist wirklich die Frage der Fragen. Wo befindet sich die letzte Herzsäule? Wie sieht es eigentlich mit meinen Überraschungsboxen aus? Da könnten wir noch 2 aufstocken. So, ähm. Dann werde ich erst mal die Überraschungsboxen noch in 2 aufstocken. Das geht ja jetzt ab in die letzte Welt. Da müssen wir uns ja ein bisschen vorbereiten. Überraschungsboxen sind vorbereiten. Da freue ich mich doch so richtig drauf in der letzten Welt. Vor allem mit... welchen Level haben wir? Level 8? Da freue ich mich doch richtig drauf. Moment, wie groß... Oh, unser Fisch ist ganz schön groß geworden. Na ja. Großes Fischi-Fischi-Fischi. Und hops. Ich geh mal jetzt hier nachgucken. Däh-däh-däh-däh-däh-däh. R'. Klack, 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 klack! Ehh! Rein da! Mario! Ähm, geht das los mit mir? Ja, gut. Wie viel brauchen wir denn? Fünf Chips? Nein! Wir brauchen Busy mehr! Ähm, wir brauchen... Zehn Chips! Juhu! Nein, wir wollen keine Chips mehr. Wir wollen, ähm, umtauschen. Einmal. Wir brauchen noch eine. Kann ich mich jetzt nicht verzählter. So. Gut. Das war's schon. Schon haben wir das hier erledigt. Wir haben Vorrat aufgestockt an Überraschungsboxen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die letzte Härtensäule finden. Wo ich wirklich überlegen muss. Ich denke mal, die ist wieder in Flopstadt. Weil in Flopstadt ist jetzt alles abgegrast, was wir haben. Was ist denn? Wie viel München habe ich eigentlich jetzt? 25. Damit könnte ich mir keine Röhrer kaufen. Röhrer kostet 200. Naja. Für das bisschen, was jetzt noch übrig bleibt, denke ich mal, werden wir jetzt auch keine Röhrer mehr brauchen. Ist ja nur noch... ...die letzte Festung. ...die vor uns liegt. Für die letzte Festung. Für die letzte Festung. Naja. Was brauchen wir für die letzte Festung eigentlich? Viele High-Items würde ich sagen, aber... Hm 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 hm. Challenge, Challenge, hin und her. Ich brauche Überraschungsboxen. Eieiei. Ähm. Achso, andere Richtung. Naja. Vergessen. Ist ja hier alles spiegelverkehrt. Alles in der Welt ist spiegelverkehrt. Kinder haften für ihre Eltern. Ja. Kinder verkaufen Drogen an größere. Ich habe den falschen Aufzug genommen. Das wäre doch auch cool. Dann würde ich nämlich erst... Dann würde ich nämlich jetzt da in die Stadt gehen. Kinder haften für ihre Eltern. Dann müssen wir erst mal Kinder kriegen. Eieiei. Ich brauche Kinder. Und dann muss ich in diese Welt kommen und zu Papier werden. Ähm, 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 ähm. Okay. Ui, das hat aber lange gebraucht um zu laden. Ich denke mal, wir müssen wieder hier hinten hin. Ui, 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 beeil dich Mario. Mario, beeil dich. So. Ui. Die Herzeite war leicht zu finden, fand ich. War die vorher schon da? Ganz ehrlich, war die vorher schon da? Da hätte man sich doch das mit dem Luigi da abgriffen können. Oder scheinen die erst dann, wenn man sie braucht. Keine Ahnung. Eine große, schwarze, schwarzliederne Tür. Okay. Jetzt wird's bedrohlich. Diesmal kann ich keine... Rückzugsräure nutzen. Die Zeit ist gekommen. Es ist eine Zeit. Helden. Die letzte Tür ist auf dem Flop-Stadt-Turm. Im Zentrum der Stadt. Oh Gott. Ich gehe voraus und warte dort auf euch. Sobald ihr bereit seid... ...für den Kampf seid... ...Kampf seid... ...der... ...was hinter der Tür euch erwartet, kommt. Ah, okay. Also, ich warte jetzt nochmal eine Stunde, bis der Weltuntergang bevorsteht. Und dann gehe ich da rein, okay? Dann kann ich mich in dem Tor nochmal schön austoben. Weil die Welt sowieso untergeht. Viel Spaß. So. Haben wir hier noch was zu erledigen? Irgendeine kleine Nebenquest, bevor wir in diese Tür eintreten. Nein, haben wir nicht. Okay, Freunde. Damit beende ich die Vorbereitung zum Finale. Und ich sage, wir sehen uns in... Oh, da haben wir eine Batterie lassen. Und sehen uns im nächsten Part. Im Finale.